Ah, liebe Freunde, es tut unglaublich gut, hier wieder einmal auf der Faschingssitzungsbühne zu stehen. Das könnt ihr mir glauben. Und ich freue mich jetzt auf den nächsten Programmpunkt im Rahmen unseres Showprogramms heute. Und es ist schon wieder ein absolutes Lecker, ein absolutes Zuckerl, das auf uns wartet. Sie werden die Akteure kennen, zumindest wenn sie das eine oder andere Mal in der Reifeisenbank Eichfeld, bei uns in Bölls in der Zweigstelle vielleicht waren. Und das sind ja eingefleischte Finanzdienstleister, die mit ganz großer Passion und Hingabe wechseln und beraten, finanzieren und kassieren. Und dennoch, man glaubt es nicht, im einen und der anderen schlummer doch ein verborgener alternativer Berufswunsch. Ein sogenannter Plan B. Ja, so frei nach dem Motto, wenn ich nicht bei der Reica wäre, was würde ich dann sein? Eine spannende Frage, die in Kürze beantwortet werden wird mit einer der komplexesten und interessantesten Choreografien des heutigen Abends. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf das Outing der geheimen Berufswünsche unserer leidenschaftlichen Finanzdienstleister im Zeichen des Giebelkreuzes. Meine Damen und Herren, die wunderbaren, die einzigartigen Ralfa Esjana! Das ist ein Kuh, das liegt auf der Sonne, kein Eis. Das ist ein Kuh, das liegt auf der Sonne, kein Eis. Wenn ich nicht bei der Reica wäre, was würde ich dann sein? Wenn ich nicht bei der Reica wäre... Ein Polizist würde ich sein! Stopp! Komm her! Gehe auf die Seite! Stopp! Komm her! Gehe auf die Seite! Wenn ich nicht bei der Reica wäre, was würde ich dann sein? Wenn ich nicht bei der Reica wäre... Eine Sportlerin würde ich sein! Eins, zuh, eins, zuh, nieder, hoch! Eins, zuh, eins, zuh, nieder, hoch! Stopp! Stopp! Komm her! Gehe auf die Seite! Stopp! Komm her! Gehe auf die Seite! Wenn ich nicht bei der Raika wäre, was würde ich dann sein? Wenn ich nicht bei der Raika wäre... Ein Mauler würde ich sein. Nehmt den Penzel, dunk ihn ein, klatschen an die Wand. Nehmt den Penzel, dunk ihn ein, klatschen an die Wand. Nehmt den Penzel, dunk ihn ein, klatschen an die Wand. Nehmt den Penzel, dunk ihn ein, klatschen an die Wand. Wenn ich nicht bei der Raika wäre, was würde ich dann sagen, wenn ich nicht bei der Raika wäre? Ein Tischler würde ich sein, drei mal vier, Nagel an die Tür, drei mal vier, Nagel an die Tür. Ich bin nicht bei der Raika, was würde ich sagen, wenn ich nicht bei der Raika wäre, was würde ich sagen, wenn ich nicht bei der Raika wäre. Wenn ich nicht bei der Raika wäre, was würde ich dann sagen, wenn ich nicht bei der Raika wäre. Ein Bäcker würde ich sein, nimm den Teig, roll ihn aus, schiebe ihn in den Ofen. Nimm den Teig, roll ihn aus, schiebe ihn in den Ofen. Nimm den Teig, roll ihn aus, schiebe ihn in den Ofen. Nimm den Teig, roll ihn aus, schiebe ihn in den Ofen. Nimm den Teig, roll ihn aus, schiebe ihn in den Ofen. Nimm den Teig, roll ihn aus, schiebe ihn in den Ofen. Nimm den Teig, roll ihn aus, schiebe ihn in den Ofen. Wenn ich nicht bei der Raika wäre, was würde ich sagen, wenn ich nicht bei der Raika wäre. Nimm den Teig, roll ihn aus, schiebe ihn in den Ofen. Nimm den Teig, roll ihn aus, schiebe ihn in den Ofen. 1, 2, 1, aus Liederhofen Wenn ich nicht bald Amerika wäre, was würde ich da sein? Wenn ich nicht bald Amerika wäre, ja? Wenn ich nicht bald Amerika wäre, was würde ich da sein? Linke Frau, rechte Frau, zähne raus, linke Frau, rechte Frau, zähne raus 1, 2, Niederhof 1, 2, Niederhof 1, 2, Niederhof 1, 2, Niederhof Enderstag, drei Nacht, sie wird in den Ofen. Wenn ich nicht bei der Reika wäre, was würde ich dann sein, wenn ich nicht bei der Reika wäre? Mein Gott, im Kloster würde ich sein, loben, beten, in der Bibel lesen, 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 eins, zwei, vier, hoch! Eins, zwei, nieder, hoch! Niedersteig, zwei, nieder, schieben in den Ofen! Niedersteig, zwei, nieder, schieben in den Ofen! Niedersteig, zwei, nieder, schieben in den Ofen! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf die Bühne. Großer Applaus hier, meine Damen und Herren, die Ralf-Aisianer. Geri Zotter, Edward Lerkbacher, Manfred Moser, Roland Kogler, Gabi Hansmann, Birgit Kiegerl, Gerhard Köck und Michi Schneidl. Ja, wir hoffen ja, dass Sie Ihrer Stamm, Zunft und Branche treu bleiben, obwohl der Edward so als Prima-Ballerin im Staats-Opern-Ballet, das hätte schon was. Beim nächsten Opern-Ball dann Bogdan Rostschitsch würde sich freuen, lieber Edward. Wunderbare Performance und da kommt schon der nächste Waschbär, Marc in diesem Fall, auf die Bühne, hochmotiviert, wie immer.